Von 8. bis 9. November findet in Leipzig die PROTECT statt. Die PROTECT ist eine Konferenz, die sich dem Schutz kritischer Infrastruktur verschrieben hat. Sie beschäftigt sich mit allen Belangen der Sicherheit von kritischer Infrastruktur, von IT-Sicherheit bis hin zum physischen Gebäudeschutz. Sei dabei! www.protect.de Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von der Sicherheits-Podcast. Wir sprechen heute über das Thema sichere Apartmentvermietung. Vorausgeschickt, es ist ein österreichisches Thema und heute wird es vor allem speziell um Wien gehen. Heißt nicht, dass die Themen nicht auch für Deutschland oder ganz Österreich interessant sind, aber aufgrund einer neuen anstehenden Novelle der Bauverordnung in Wien, die speziell Kurzzeitvermietung etc. regulieren soll, wird es ein wenig wienspezifisch. Heute bei mir zu Gast der liebe Daniel Richter von JKR Rechtsanwälte. Freut mich da zu sein. Hallo Daniel! Ja, wir kennen uns ja gut, Daniel. Wir machen ja auch unter anderem den Immo-Invest-Club gemeinsam. Du bist doch mein persönlicher Immobilienrechtsanwalt und Immo-Spezialist. Und deswegen freut es mich umso sehr, dass wir es jetzt einmal nach einigen Terminkollisionen geschafft haben, dass du bei mir bist im Sicherheits-Podcast. Gut, dass ich mal da bin bei euch. Daniel, magst du dich kurz eingangs vorstellen für unsere Hörerinnen und Hörer? Wer bist du, was machst du, wie bist du zu dem gekommen? Ja, danke. Danke für die Einleitung und wirklich schön, heute mal hier zu sein, auch live. Ja, also ich heiße Daniel Richter und ich bin Immobilienanwalt, Rechtsanwalt in Wien. Jetzt schon seit einigen Jahren mittlerweile, also so 15 Jahre mache ich das. Und Schwerpunktthema immer nur Immobilie. Wir machen ein bisschen rundherum. Erbrecht prozessieren rund ums Immobilienrecht natürlich. Baurecht, Bauverträge, Bauordnung, darüber werden wir heute natürlich sprechen. Aber alles, was sozusagen um den Schwerpunkt Immobilie kreist. Ich habe eine Ausbildung gemacht in einer ziemlich großen Anwaltskanzlei in Wien viele Jahre. War dann dort auch sieben Jahre Rechtsanwalt und habe mich dann mit zwei anderen Partnern ein bisschen in einem anderen Setting verwirklicht. Und so ist es jetzt auch noch. JKR Rechtsanwälte, das sind jetzt mal hier drei Partner. Und wir haben natürlich andere Kanzlei-Schwerpunkte auch, aber Immobilien mache ich. Und das zieht sich sozusagen jetzt seit 15 Jahren durch mein Privatleben, aber natürlich auch durch mein Berufsleben. Und deine Partner Joklik und Katari decken eben andere Fachbereiche ab. Die decken anderes ab, genau. Sehr fein. Ja, du, wir starten gleich rein ins Thema. Und zwar, vielleicht machen wir mal den Status Quo ein bisschen. Wie ist denn die Apartment-Vermietung, Kurzzeit-Vermietung, Airbnb-Hotel aktuell geregelt? Und vielleicht, wo sind auch die Unterschiede zwischen, was ist der Unterschied, ob ich ein Hotel habe oder ob ich, ich sage jetzt mal, im ganz kleinen Rahmen ein Airbnb-Zimmer als Private in meiner Wohnung vermiete? Ja, das ist interessant. Das ist deshalb ein sehr interessantes Thema, weil es irgendwie ein Querschnitt über ganz viele Rechtsbereiche ist. Und das Thema hat irgendwie, also jetzt vor allem mit Airbnb und einer, ich sage mal, technisierteren Vermietung, die, wo ich nicht im Reisebüro ein Hotel buche, sondern wo jeder sich auf Airbnb traut, ist, ich habe ein Zimmer und das vermiete ich jetzt unter seiner Beherbergung. Und wo man auch sehr große Betriebe über diese Systeme und auch andere Plattformen abbilden kann, das ist eben gewachsen irgendwie in den letzten Jahren. Und die Schwierigkeit ist, die Regulierung ist da vielleicht nicht ganz so mitgezogen, glaube ich. Und das Interessante daran ist, dass das eine Querschnittsmaterie ist, die über ganz viel drüber geht. Viele denken an Teilaspekte, manche denken an Mietrecht. Wie kann ich jetzt anmieten und das Leveragen und ich vermiete weiter als Airbnb? Arbitragemodelle. Wie geht das? Arbitragemodelle. Was ist da der rechtliche Rahmen? Wie geht das mietrechtlich? Was darf ich da? Andere Fragen sind im Wohnungseigentumsrecht. Ich bin Eigentümer. Darf ich das überhaupt gegenüber den anderen Wohnungseigentümern, denen quasi mein Haus auch zu einem Anteil natürlich gehört, die dort auch ihre Objekte haben? Wie dürfen die das verwenden? Wie darf ich das verwenden? Ist das für Kurzzeitvermietung zulässig, wenn man an Wohnungseigentum denkt? Man kann aber genauso, das ist ein bisschen unser heutiges Thema, denken jetzt an Bauordnung. Ist das überhaupt nach der Bauordnung, ist das baurechtlich zulässig? Darf ich das überhaupt? Weil es ist evident, man darf nicht überall in allen Häusern dasselbe machen. Ich kann nicht sagen, heute steht da ein Wohnhaus, aber ich mache jetzt ohne weiteres, einfach verwende ich das als Hotel. Das ist eine andere Betriebsform. Das ist auch nicht in jeder Widmung zulässig. Insofern ist auch diese Bauordnungsfrage natürlich eine wesentliche Frage. Insgesamt in dem Connex kurzfristige Vermietung, Beherbergung. Und nicht zuletzt gibt es auch Gewerberecht. Also einerseits, wer darf überhaupt ein Hotel betreiben? Ja, ab wann bin ich überhaupt eine Beherbergung? Wenn ich sage, ich nehme mal einen Couchsurfer rein, auf zwei Wochen bin ich dann ein Beherberger? Wahrscheinlich noch nicht. Wenn ich das Hotel Sachen mache, wahrscheinlich schon. Und dazwischen... Zur Beherbergung gehört ja eine gewisse Zusatzleistung, wie Frühstück etc. Reinigung. Ja, das ist auch ein interessantes Thema. Vielleicht werden wir da streifen. Das ist genau die Definitionsfrage, die offen ist. Und das macht es für viele auch jetzt gewerberechtlich schwierig, weil Gewerberecht hat quasi zwei Seiten. Einerseits darf ich das, habe ich die Befähigung, Gewerbeberechtigung. Das kann man relativ leicht erlangen oder hat vielleicht einen gewerberechtlichen Geschäftsführer. Aber es gibt auch eine Grenze. Unter zehn Betten brauche ich das nicht. Das wäre dann ausgenommen. Aber ich brauche dann sicher Gewerbeberechtigung. Die andere Seite ist, wenn ich im Gewerberecht bin und einen Betrieb habe, dann brauche ich auch eine Betriebsanlagenbewilligung. Also in dem Moment, wo ich sage, ich habe eigentlich einen Beherbergungsbetrieb, sage ich gleichzeitig, zumindest abstrakt, brauche ich Betriebsanlagenbewilligung. Ich kann dann Auflagen nach sich ziehen, die schwierig zu erfüllen sind. Und kann auch nicht viel nach sich ziehen. Kommt darauf an, in welcher Größenordnung passiert das, wie ist das gestaltet. Aber das sind alles Themen, die man sozusagen mit überlegen muss. Und in dem Moment, wo ich in dieser gewerblichen Beherbergung drin bin und nicht mehr bloße, sogenannte bloße Raumvermietung mache, habe ich eben das Thema, ich brauche die Gewerbeberechtigung, ich brauche eine Betriebsanlagenbewilligung. Und vieles von dem, die, die das jetzt nicht professionell Hotels betreiben, das ist schon immer machen, denken an viele dieser Themen nicht. Das ging halt graduell. Wir haben mal mit einer Wohnung auf Airbnb begonnen, gibt kein Problem. Die Gewerbebehörde fragt nicht. Wohnungseigentümer beschweren sich nicht. Ich melde auch nichts. Keiner fragt danach. Alles in Ordnung. Ich führe meine Steuern ab. Alles gut. Und dann wächst es. Und dann werden es immer mehr und mehr und mehr Wohnungen. Und irgendwann kommen vielleicht diese Probleme. Und ich glaube auch, die Behörden waren damit auch vielleicht etwas überfordert, weil da hat mal einer begonnen, da hat es niemanden interessiert. Und jetzt gibt es, glaube ich, du weißt das wahrscheinlich besser, wie viele Wohnungen als Airbnb gibt es in Wien? Also, ja, die Zahlen schwanken sehr. Also eigentlich schwanken extrem, wie man liest. Also je nachdem, wo man liest, wie man fragt, von welchem Standpunkt die Leute kommen. Aber es gibt irgendwie Zahlen, die herumschwirren. Ich sage jetzt einmal zwischen 7.000 und 20.000 Apartments. Manche rechnen nach Zimmern, manche rechnen nach Betten. Also ich glaube, wir werden es wahrscheinlich wie in vielen Bereichen nie 100% wissen, wie viele es tatsächlich sind. Aber ich sage jetzt einmal, wenn man auf Airbnb, auf Booking etc. mal reingeht auf den zwei größten Plattformen und dort Apartment nach Apartments in Wien sucht, dann hat man mal eine ungefähre Einschätzung. Tausende jedenfalls. Also wir sind jetzt so weit gekommen, dass wir Tausende haben. Und scheinbar ist das politisch eben auch ein Problem geworden. Und das war etwas in dieser kleinstrukturierten Vermietung, was es vielleicht in der Form vor 20 Jahren nicht gab oder nicht in der Masse gab. Vielleicht gab es da schon Guerilla-Vermieter, die das für sich entdeckt haben. Ja, ich meine Ferien-Apartment gab es ja immer. Ja, das war aber immer so ein relativ kleines. Es war kein so wesentlicher Teil des Tourismus. Weil es eben nicht strukturiert war und Plattformen wie Airbnb und andere haben das eben strukturiert möglich gemacht und für den Vermieter auch in dem Sinne praktikabel und auch von den Kosten und von der Rendite her interessant gemacht. Glaube ich auch, also für den Laien abwickelbar. Und jetzt stehen wir plötzlich vor dem Problem und sagen, okay, das hat eine Masse angenommen, aber was ist eigentlich die Regulierung? Wie ist das reguliert? Und wir reden ja primär von Wien. Das gilt natürlich für andere Bundesländer. Also Gewerbeordnung ist bundesweit, aber die Bauordnung ist bundesländerspezifisch. Da gibt es unterschiedliche Regularien. In Salzburg haben sie schon einen starken Mittel vorgeschoben. Ja, da ist ganz vieles nur mehr zur Hauptwohnsitznutzung, ganz generell. Nur mehr drei Monate etc., was ähnlich auch in Wien kommen soll. Wird auch geprüft in Salzburg, muss man sagen. Jetzt schaut man jetzt mehr drauf. Das kann man jetzt sagen, historisch unterliegt das einen gewissen Schwankungen. Das interessiert mal die Leute mehr, mal weniger. Das ist wieder ein Kitzbühler-Thema. Ob dort Leute Ferienwohnungen haben, dann interessiert das wieder mal ein paar Jahre niemand. Je nachdem, wie es auch politisch als Problem wahrgenommen wird. Ich glaube, das ist das Interessante in Wien. Jetzt hat es viele Jahre relativ wenige Leute so richtig interessiert. Dann kam zuerst die Regelung, die wir jetzt vielleicht ein bisschen drüber reden werden, mit der Wohnzone. In der Wohnzone darf man das eigentlich gar nicht, weil es ist nicht erlaubt. Das ist nur für Wohnen. Genau, das ist nur für Wohnen im engsten Sinne. Und jetzt will man es eben noch strikter regulieren und da zurückfahren, weil aus offenbar politischen Gründen man meint, dass das ein Problem ist. Ich glaube, wir haben jetzt für viele Hörerinnen ein bisschen Verwirrung gestiftet. In dem ersten Sinne. Das ist auch verständlich, weil die Thematik einfach sehr komplex ist. Man kann das einfach nicht beschönigen. Das Mietrecht ist sehr komplex und auch diese Thematik aus den verschiedenen Rechtsbereichen, Gewerberecht, Betriebsanlagen, Genehmigung, auch steuerliche Natur teilweise etc. Bauordnung ist einfach komplex und die Zusammenhänge. Versuchen wir es vielleicht ein bisschen zu strukturieren, noch in wenigen Worten. Also ich, wenn ich das auch Leuten versuche, Nähe zu bringen, zu erklären, ich versuche es immer so zu strukturieren, quasi in Größenordnungen. Du hast ja ein Hotel. Gut, ein Hotel ist, da musst du eine Gewerbeberechtigung haben, um das Hotel zu machen. Definitiv. Du musst eine Betriebsanlagengenehmigung bekommen. Auch definitiv. Das ist entsprechend schwieriger. Und ein Hotel kann sein, in Wahrheit, ab Arbeiten bis hin zu Hunderten. Richtig. Das ist quasi die Königsklasse. Lassen wir das vielleicht einmal so stehen. Und dann gibt es, ich unterscheide dann auch immer gern im wirklich professionellen Serviced Apartment Bereich. Was verstehe ich darunter? Darunter verstehe ich jemanden, der, das ist auch die langläufige Definition von Serviced Apartment Betreibern, einer, der mindestens 15 Apartments betreibt und das mit einer professionellen Struktur macht und professionell organisiert ist. Und dann gibt es noch den klassischen Kurzzeit- oder Airbnb-Vermieter, der das eine oder andere Apartment hat, der vielleicht das eine selbst macht, das andere macht der Betreiber für ihn, die Putzfirma ist irgendwie organisiert, der Putz vielleicht als selbst, was auch immer. Also nicht strukturiert, das sind so diese drei Bereiche. Das ist deshalb, glaube ich, interessant, weil das kann man jetzt unterscheiden, je nachdem, wie professionalisiert man sich fühlt. Rechtlich ist aber gar nicht so ein großer Unterschied. Genau. Ich glaube, man kann es runterbrechen auf die Frage, und das ist eigentlich auch die Einordnung beim Verwaltungsgerichtshof, habe ich jetzt einen Beherbergungsbetrieb oder habe ich keinen? Und da reden wir quasi von der Unterscheidung, das sind so die dazugehörigen Schlagworte, bloße Raumvermietung. Ich vermiete eine Wohnung auf 15 Jahre und der bleibt dort und ich höre nichts, außer dass die Miete zahlt wird hoffentlich. Gut, das ist langfristige Vermietung. Naja, die Frage ist eben, was ist, wenn ich das Gleiche mache auf drei Monate? Was ist, wenn ich das mache auf zwei Monate? Was ist, wenn ich das mache auf zwei Tage? Natürlich will nichts von dir hören, leg Geld her für zwei Tage und Handtuch kannst du selber waschen, aber ein Bett ist drin. Genau, du kriegst quasi keine Zusatzleistungen, was eine Beherbergung eigentlich ausmacht. Und der VWGH und das ist jetzt, wo ist jetzt wirklich die Unterscheidung? Das ist nicht so ganz leicht und das ist auch vielleicht nicht ganz raus, aber im Prinzip geht es um die Dienstleistung. Erbringe ich irgendeine Dienstleistung, wobei jetzt mit der sich entwickelnden Judikatur, weil das gab es jetzt auch, vor 20 Jahren war die Frage nicht da. Jetzt kommt die Frage, jetzt wird sie auch beantwortet. Und die Antwort ist eigentlich, sofern ich auch nur ein Minimum an Dienstleistungen bringe, bin ich eigentlich in einer Beherbergung drinnen. Und es wäre abstrakt für mich, Betriebsanlagen relevant, Gewerbeberechtigung relevant, Ausnahme 10 Betten gibt es auch. Und was... Weil langläufig hat man eigentlich bis vor kurzem noch angenommen, dass, wie es jetzt zum Beispiel bei einem, ich sage jetzt mal Airbnb ist, ich habe, stelle dort kein Essen, kein Frühstück etc. zur Verfügung, aber was ich als Dienstleistung mache, ist in der Regel Reinigung und Wäsche. Also Bettwäsche, Handtücher in der Regel. Ob ich das selbst mache oder eine Firma mache, das ist ja unrelevant. Und da hat sich die Rechtsmeinung eben jetzt geändert. Eigentlich ja, weil der VWGH sagt, in dem Moment, wo ich das mache, also Endreinigung, oder Wäsche-Service, dann das ist schon eine Form der Dienstleistung. Ich biete WLAN an, man greift halt dann heraus, was der einzelne Fall hergibt. Es ist voll eingerichtet, es ist ein WLAN, der kriegt ein Bett, der kriegt eine Bettwäsche und die Handtücher. Und das ist komisch, weil... Anders musst du dir mal denken, dass das Internet schon eine Dienstleistung ist. Ja, und das ist das Interessante, weil in den neuesten Entscheidungen, sagt man, da ist auch mit einzubeziehen, wie ich das bewerbe. Und wenn ich das auf Airbnb bewerbe für, ich mache, du kannst das drei bis fünf Tage oder ab einem Tag oder ab zwei Tage quasi mieten, dann das bringt quasi schon den Willen zum Ausdruck, dass ich dort beherberge. Inhaltlich legt sich der trotzdem dort ins Bett und duscht, als würde er dort ganz klar bleiben. Also wir können aber mittlerweile durchaus definieren und festhalten, wenn ich ein Airbnb oder irgendwas Kurzzeit vermiete, dann ist das ein Gewerbebetrieb und dann habe ich einen Beherbergungsbetrieb. So ist es, ja. Okay. Und da ist jetzt die Frage, und das ist ganz interessant, und vielleicht schlagen wir da den Bogen zu der Neuregelung in Wien, weil irgendwie hängt es mit der Kurzfristigkeit zusammen. Ja, weil wenn ich jemandem sagen würde, du kriegst einen drei-Jahres-Mietvertrag, aber als Service biete ich da an, es sind schon Handtücher drin und ein Bettwäscher auch, und wenn es da aussieht nach drei Jahren, dann reinige ich es wieder, dann wird keiner auf die Idee kommen, dass das Beherbergung ist. Also irgendwie geht es auch um dieses Element, dass das nicht so lange dauert. Wo die Grenze ist, weiß keiner und wusste auch niemand. Die Frage war aber meistens nicht zu beantworten, weil es ist relativ leicht. Wenn man sagt, okay, ich kann ab zwei Tage mieten, dann weiß man, okay, das ist eine Beherbergung. Wenn ich auf Airbnb reinstelle, was, glaube ich, geht oder nicht verboten ist, du kannst mieten ab 18 Monaten, dann wäre das mit der Beherbergung, obwohl ich das bewerbe auf der Plattform, wohl nicht mehr so eine ausgemachte Sache. Weil was ist dann die Dienstleistung, dass du am Anfang eine Handtuch drückt als Geschenk? Also es ist ein Element der Kurzfristigkeit. Was ich noch ganz kurz, bevor wir zur Novelle Bauordnung Wien kommen, am Rande dazusagen möchte, es gibt dann natürlich noch Themen wie nach dem Ausmaß auch an Betten, was nicht nur einen Standort, sondern die Gesamtheit meines Betriebes auch betrifft. Da gibt es eine 10-Betten-Grenze, eine 30-Betten-Grenze, mit was hekt das zusammen? Brauche ich, reicht mir das Freigewerbe? Brauche ich ein reglementiertes Gewerbe? Oder speziell ab 30 Betten an einem Standort, möchte ich jetzt sagen, brauche ich auch eine Brandmeldeanlage, Fluchtwegsauflagen etc. Absolut, ja. Das noch am Rande gesagt, das können auch Themen sein, die da reinkommen. Das ist eben das Betriebsanlagenthema. Genau. Das ist natürlich unterschiedlich. Für eine Wohnung wird es leichter sein, wenn ich entsprechend viele Personen beherberge, wird das schwieriger sein, wird die Behörde genauer schauen. Das finde ich wunderbar. Eine Wohnung ist ja nicht gleich Wohnung. Es gibt ja teilweise auch, keine Ahnung, du hast da 150 Quadratmeter Apartment und da stellst du auf Airbnb rein, gängig bist so 20 Personen. Keine Ahnung. Gibt es auch, ja. Klar. Also wenn ich, keine Ahnung, ich denke jetzt daran, vor zwei Jahren mit einem Freund, der letzte Polterer in Prag, das war auch ein großes Apartment und da waren wir, glaube ich, 16 Leute in einem Apartment. Also das kann ja durchweg sein. Gut. Dann wird man möglicherweise die Auflage bekommen, dass man das so nicht verwendet. Da gibt es vielleicht dann eine Begrenzung in der Bewilligung, eine Auflage. Aber jetzt zur Novelle Bauordnung Wien. Was ist die Bauordnung? Was macht die Novelle? Wann soll das kommen? Wann kann das frühestens kommen? Und steht da überhaupt schon was fest oder nicht? Also wirklich feststehen tut noch nichts. Es gibt jetzt quasi im Gesetzgebungsprozess... Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt, entschuldigen Sie, dass ich unterbreche, weil die ganzen Medien kommunizieren jetzt schon, das ist jetzt so und es darf nur mehr. Und da muss ich mich immer ein bisschen aufregen, wenn ich das lese. Sei es, keine Ahnung, Kurier, Krone, Presse, Standard. Das schaffen irgendwie alle, alles de facto zu kommunizieren in ihren Social Media Beiträgen etc. Das finde ich einfach nicht okay und meiner Meinung nach eine falsche Berichterstattung. Aber okay. Ist es auch. Es sind jetzt aber viele Dinge auch durch die Medien gegeistert, die so auch gar nicht gestimmt haben. Was allerdings stimmt, ist, so wie es geplant ist, schon recht restriktiv natürlich. Das ist auch gewünscht. Das will man offenbar. Ob das richtig ist, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Offensichtlich die Wiener Stadtregierung mit ihrer Mehrheit und im Gesetzgebungsprozess hat man jetzt mal ein Konzept entwickelt. Weil sie vermeintlich der Meinung sind, Kurzzeitvermittlung von Apartments nimmt Wohnraum mit. Das ist die langläufige Argumentation. Ja, genau. Obwohl wir aktuell irgendwie 22.000 Freibohnungen in Wien haben oder so. Also ich glaube auch nicht, dass das, vielleicht müssen wir es politisch nicht so weit, aber da müssen wir lange, da müssen wir einen zweiten Podcast machen. Aber natürlich ist das diskutabel, nicht, wenn man auch viele haben schaut, Wohnungen gibt es an sich genug. Die Frage ist, ob alles leistbar ist. Das ist aber jetzt nicht primär ein Airbnb-Thema, weil die Wohnung wird nicht leistbarer dadurch, dass ich es halt auf den Markt werfe als Langzeitvermietung. Okay, dann mache ich halt Langzeitvermietung um 20 Euro. Das führt auch nicht zu leistbaren Wohlraum. Die Airbnbs sind ja oft in sehr guter Lage, wo diese Mieten tatsächlich hergegeben werden. Im Altbau ist es tatsächlich vielleicht ein Problem. Aber also das sind jetzt, lassen wir mal dahingestellt, ob das richtig oder falsch ist. Aber die Pläne sind oder man wünscht sich, das stärker zu unterbinden, weil man es als Problem sieht. Und wie man damit umgeht, ist, dass man in der Bauordnung da Restriktionen vorsieht. Wir hatten schon, in der Wohnzone ist es quasi absolut verboten. Da gibt es ja eine Karte auf WienGV. Da kann man schauen, wo ist die Wohnzone. Und dort, wo die Wohnzone ist, darf man es quasi an sich überhaupt nicht, laut Bauordnung. Weil, wenn was als Wohnen gewidmet ist, sagt Status jetzt noch die Bauordnung, dann ist mit einer Wohnverwendung nicht kompatibel eine Beherbergung. Und da haben wir schon festgestellt, da ist man relativ schnell drin in der Beherbergung. Also Wohnzone mal nicht. Und jetzt dehnt man das quasi auf das ganze Stadtgebiet aus und sagt, Airbnb ist nicht nur in der Wohnzone verboten. Ich sage eigentlich überall, also ich sage jetzt Airbnb, kurzfristige Beherbergung ist untersagt. Es soll aber die Möglichkeit geben, eine Ausnahmebewilligung dafür zu bekommen. Offenbar nach der Bauordnung, was einem noch nicht entlastet, dass man, woran viele nicht denken, ich brauche trotzdem Gewerbeberechtigung, ich brauche vielleicht trotzdem eine Betriebsanlagenbewilligung, aber ich darf es mal nach der Bauordnung. Also wir regulieren da jetzt nur einen Teilaspekt. Es muss trotzdem auch in der WEG erlaubt sein. Genau, es muss trotzdem dort, wobei man da jetzt eben für die Bewilligung auch Auflagen schafft. Bisher sind da viele unter dem Radar geflogen, so lange sich da niemand aufregt, weil ich das gut mache und die Leute unter Kontrolle habe, die da kommen, gibt es mit der WEG, also mit den anderen Eigentümern, Wohnseigentum keine Probleme. Jetzt hat man aber gesagt, das ist die Novelle oder das ist der Plan, wenn man beantragt diese Ausnahmebewilligung, muss man quasi die Zustimmung aller vorlegen. Und insofern wird das dazu führen, insofern nur einer im Haus sagt, ich will das eigentlich nicht, dass da das passiert, wird es keine Genehmigung geben. Verteilfrage, wenn es, wie es ja manchmal ist, im WEG-Vertrag schon steht, touristische Vermietung steht da meistens, ist erlaubt oder ausdrücklich als erlaubt, alle haben mehr oder weniger vorab zugestimmt, gilt das dann deiner Meinung nach künftig als Vorlage? Also ich glaube, man müsste es eigentlich gelten lassen. Man müsste sagen, ja, die Zustimmung ist da. Nach der bisherigen Praxis, wie Baubehörde funktioniert und wie das System funktioniert, müsste es eigentlich anders sein, weil auch wenn ich im WEG-Vertrag drinstehe, ich darf Wohnungen zusammenlegen und Wände durchbrechen und alle stimmen zu, dass da eine Bewilligung sozusagen erteilt werden kann von der Behörde. Das führt eigentlich nur dazu, dass die unterschreiben müssen. Und die Behörde sagt nicht, du Hans, wir legen da irgendeinen WE-Vertrag vor, wird schon stimmen, dann kriegen sie eine Bewilligung. Die wollen die Unterschriften sehen. Und ich habe die Vermutung, dass man das so handhaben wird. Aber die Frage ist natürlich, ob das nicht eigentlich reicht im WE-Vertrag. Die Praxis kennen wir nicht. Wir werden es sehen. Genau, wir werden es sehen. Aber ich schlage vielleicht nochmal den Bogen dazu, wann kommt es jetzt? Das weiß keiner, weil es ist bisher nur ein Vorschlag. Und vielleicht wird so auch nicht beschlossen. Manche versuchen jetzt noch daran zu arbeiten, dass es doch so nicht kommt. Ob das aufgeht, weiß man nicht. Vielleicht kommt es so, vielleicht kommt es mit Änderungen. Es wird jedenfalls erst beschlossen. Jetzt ist mal ein Entwurf vorgelegt, wo das so drinnen steht. Und in Kraft treten soll das Ganze oder sozusagen wirksam werden, also Effekt haben auf die Praxis ab Ende Juli 2024 war es, glaube ich. Also gibt es quasi noch eine Frist, wo man sich drüber retten könnte. Was man dann macht, wenn man diese Genehmigung nicht bekommt, und das wird doch viele Airbnbs treffen, ist halt die Frage. Dazu muss man vielleicht zwei Aspekte noch erwähnen. Erstens, bisher war es eine typisch österreichische Lösung, wie das Verbot der Kurzfristvermietung gehandhabt wurde. Machen wir, dann sehen wir schon. Genau, ich würde eher sagen, also ja, aber es wurde nicht kontrolliert. Aber wenn du vernadert wurdest, dann wurde man halt aktiv. Also das würde ich als die österreichische Lösung sehen. Man hat nicht aktiv geschaut, wo das verwendet wird, weil ich brauche nur auf Airbnb reinschauen, dann weiß ich, wo die sind. Das macht die Behörde nicht. Also sie wartet darauf, dass die Vernaderung kommt. Und das ist irgendwie das typische österreichische und dieser bisherigen Lösung. Gut, das ist auch ein Kapazitäten-Thema wahrscheinlich bei der Behörde. Natürlich, ja. Und dieses Problem hat man aber aufgegriffen, in dem Entwurf zumindest, weil man sagt, okay, wir wollen das jetzt auch kontrollieren und wir wollen die Daten der Ortstaxenerhebung der Stadt für die Beherbergung und meine Ortstaxe zahlen. Wir wollen das verknüpfen mit der Baubehörde. Und die sagen, aha, Moment, wenn du Ortstaxe zahlst, dann hast du ja einen Beherbergungsbetrieb. Hast du überhaupt eine Bewilligung? Und in dem Moment, wo ich das verknüpfe, kann ich sofort die Verfahren eröffnen. Und das will man tun, um dem halt verstärkt einen Riegel vorzuschieben. Und der Entwurf muss sozusagen, das ist auch eine Regel in Österreich, für alle Gesetze muss schon sagen, wie viele Leute werden wir brauchen, um diese ganzen Gesetze umzusetzen, die er da beschließt. Und man hat gesagt, ja, wir werden 300 Verwaltungsstrafverfahren im Jahr führen, brauchen wir mal 15 Leute pro Jahr, die sich das anschauen. Was mir brutal wenig vorkommt. Ja, genau. Also man kann sich jetzt fragen, wir haben zwischen 27.000 und wir davon jetzt wirklich alles richtig haben, wage ich nicht zu prognostizieren, aber nicht 100 Prozent sicherlich. Insofern sind 300 Verfahren pro Jahr vielleicht auch nicht so viel, weiß ich nicht. Es ist wirklich schwer zu sagen. Also es scheint eher ein langfristiger Plan zu sein. Macht es halt jetzt mal irgendwie den Leuten madig und über zehn Jahre hat man dann alle vielleicht. Aber jetzt wird es wahrscheinlich mal die Spitze des Eisbergs vielleicht treffen, wo man sagt, okay, wie würde ich das angehen? Ich würde sagen, sortieren wir die Liste der Ortstachse, wer hat die meiste abgeführt, ich schau mal als erstes an. Das ist am Interessantesten. Wie das die Behörde sich überlegt, weiß ich nicht. Man wird sehen, ja. Ich hoffe, ich habe jetzt keine gute Idee gegeben, aber das glaube ich gar nicht. Das wird man so machen und das ist eigentlich der Plan. Ob das aber so kommt, wird man sehen. Aber es wird sicher Auswirkungen auf kurzfristige Vermietung in Wien. Naja, es gab ja auch irgendwie Pläne, dass man sagt, okay, man muss die Ortstachsennummer bei Booking, Airbnb etc. eingeben. Booking, Airbnb muss das dann reglementieren, für ganz Österreich im besten Fall oder im schlimmsten Fall, je nachdem, von welcher Seite man es sieht, dass man nicht mehr als drei Monate, weil das ist ja das, was man noch nicht gesagt hat, was erlaubt sein soll nach wie vor, so wie es in Salzburg, Berlin, Frankfurt etc. schon ist, dass man am Hauptwohnsitz wiederum maximal drei Monate kurzfristig. Richtig, also man will 90 Tage gestatten, aber nur dort, wo ich selber wohne. Also sozusagen meine eigene Wohnung, wo ich auch wohnen bleibe, darf ich mal eine gewisse Zeit auf Airbnb reinstellen. Wie viele Hauptwohnsitze kann ich anmelden? Nur einen. Also das ist tatsächlich kein Modell. Das ist auch falsch durch alle Medien gegangen. Okay, 90 Tage sind eh für alle jetzt erlaubt, wenn ich dort wohne, aber nicht, wenn ich es in zehn Wohnungen mache. Also das geht auch nicht. Wobei die Frage vielleicht, und zum Abschluss vielleicht, insgesamt nach der Kurzfristigkeit ist, ab wann bin ich denn in der Beherbergung? Wir haben ja schon darüber gesprochen. Und so wie es jetzt im Entwurf drinnen steht, scheint man der Ansicht zu sein, alles, was unter einem Monat pro Stück ist, pro Vermietung ist, ist quasi kurzfristig und was darüber ist, gehört eher in die bloße Raumvermietung. Da hat man sich an irgendeiner OGH-Abgrenzung, also Obersteller Gerichtshofabgrenzung orientiert, stimmig oder nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass das sozusagen auch für viele dann ein Weg ist, sagen wir gehen jetzt über die 30 Tage. Du musst mindestens 30 Tage mieten. Genau, das ist natürlich ein ganz anderer Markt, muss man sagen. Aber für manche ist vielleicht auch das dann ein Thema. Aber natürlich ist das ganz was anderes als eine touristische Vermietung. Die meisten Touristen bleiben nicht so lang. Wir bleiben jetzt über 30 Tage, selten. Selten, ja. Gut, das heißt, wir können eigentlich leider Gottes noch zusammenfassen. Wir wissen, dass wir vielleicht nicht nichts wissen, aber noch wenig wissen, vor allem was wirklich passiert und was wirklich entschieden wird, was wirklich in die Novelle der Bauordnung Einzug hält. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, das einfach am Radar zu haben, wenn man schon Kurzzeitvermietung macht beziehungsweise wenn man vorhat, es zu machen. Und ja, an dieser Stelle sage ich vielen herzlichen Dank fürs Kommen. Ja, danke für die Einladung. Interessante Diskussion, ja. Ich bin mir sicher, wir werden das in den nächsten Monaten noch weitläufig weiter diskutieren. Da bin ich sicher. Ich hatte schon viele Gespräche dazu und es werden noch viele Folgen. Wir werden sehen, was tatsächlich beschlossen wird. Vielleicht machen wir ein Follow-up. Ja. Wenn wir es irgendwann wissen. Wenn wir es dann wissen, spätestens dann werden wir ein Follow-up machen. Also wahrscheinlich irgendwann Mitte nächsten Jahres. Oder Ende nächsten Jahres. Vielen Dank fürs Zuhören an unsere Zuhörerinnen und Zuseherinnen auf YouTube und auf den Podcast-Plattformen. Wir werden natürlich die Links von Daniel in den Shownotes einblenden. Ich sage vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Falls dir diese Folge gefallen hat, bewerte uns sehr gerne und teile den Podcast mit deinem Umfeld. Alle weiteren Informationen zu Taubus Sicherheitstechnik findest du in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.